Geben Sie sich zu erkennen, Eindringen. Das war, äh, Wynoni Harris. Und nun, äh, eine Nachricht, oder mehrere von unseren Sponsoren. Nehren Sie sich zu erkennen, Eindringen. Schützt euch und eure Familie. War ich, äh, der Einzige, der überrascht war, dass Geeta Davis also eine Frau ist? Hat sich einfach nicht nach einem Frauennamen angehört. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Persönliches Lock, Staff Sergeant Michael Daly, United States Army Am Samstag, den 23. Oktober ist... Persönliches Lock, Staff Sergeant Michael Daly, United States Army Am Samstag, den 23. Oktober ist unser Bertie Bird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt Die Ursache, ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion Mehrere Explosionen, um genau zu sein Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zur Detonation Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben Am nächsten Tag wurden Florty und Canaveral von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen Danach ist Brzezanski abgehauen Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen Falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street Hier spricht Mike Daly Ende der Aufnahme Viel Glück und Gott segne Amerika Oder das, was davon noch übrig ist Das war's für mich, was davon noch übrig ist Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020